Oh, hallo und herzlich willkommen in unserem Spa. Was kann ich denn für dich tun? Ach, verstehe, du hast heute also einen Termin bei uns. Okay, ich schaue mal ganz kurz, ja. Ja, ich habe dafür mein kleines Notizbuch. So. Verrätst du mir mal noch deinen Nachnamen? Ah ja, hier habe ich dich. Du hast also eine Gesichtsbehandlung gebucht, richtig? Okay, klasse. Gut, dann setz dich am besten einmal und ich hole schon mal alle Sachen her, okay? Genau, leg erst mal deine Sachen ab und genau, ich bin auch sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich auch schon. Ich habe im Vorfeld eine Frage, beziehungsweise, ich schaue mal. Abgeschminkt bist du, ja? Sehr gut. Okay. Ja, das ist auch immer angenehmer für uns, weil wir denn wirklich gleich starten können. Genau. Also, als allererstes würde ich sagen, wir beginnen damit, dein Gesicht einmal anzufeuchten. Das ist auch kein kaltes Wasser, da brauchst du keine Angst haben. Das ist lauwarm. Ja, richtig. Richtig. Okay. Dann schließ einmal bitte deine Augen. Dankeschön. Und natürlich die andere Seite. So, hier noch ein bisschen. Okay, gut. Das hätten wir. So, jetzt gebe ich dir etwas von diesem extra angefertigten Gesichtspieling. Das besteht aus Zucker, Honig und einer Geheimzutat, die ich dir natürlich aber nicht verraten werde. Das verteile ich jetzt einmal auf deinem Gesicht. So, ist das angenehm, sehr, sehr schön. Okay, sehr schön. So, dieses Peeling werde ich jetzt einmal mit diesem speziellen Peeling Handschuh einarbeiten. Am besten, du schließt nochmal deine Augen. Okay, das werde ich in kreisenden Bewegungen einarbeiten. Okay. Ist das angenehm oder drücke ich zu fest auf? Da musst du einfach nur was sagen. Okay, super. Okay. So, sehr gut. Okay, dieses Peeling werde ich jetzt mit einem Tuch abtragen. Dieses ist natürlich angefeuchtet und lauwarm, also richtig schön angenehm fürs Gesicht. Wolltest du bitte einmal noch mal kurz deine Augen schließen? Danke. Okay, okay. Okay. Ja, das stimmt. Das riecht auch richtig angenehm. Wie gesagt, das besteht ja aus Zucker, Honig und noch einer speziellen Zutat. Okay, super. Das packe ich natürlich gleich mal zur Seite. Okay. Sehr schön. Das ist jetzt richtig, richtig schön glatt. Willst du selber mal fühlen? Und toll, oder? Sag ich ja. So. Ich habe jetzt noch so eine Maske für dich vorbereitet. Und die ist in einem herbstlichen Orange. Diese Maske hat außerdem noch eine Besonderheit. Und zwar wird sie etwas warm auf deinem Gesicht. Und das sorgt natürlich für eine zusätzliche Entspannung. Das ist einfach nicht so. Ich habe hier einen Schnauble. Ich habe hier einen Schnauble. Also kann es über diesen Schnauble werden. Das ist einfach nicht so. Und das sieht richtig aus. Ich habe jetzt schon die Schlager zu auf deinen kleinen Häusern. Ich habe jetzt hier eine Marke gebiegen. Es gibt wirklich zwei Schnauble oder andere Schnauble. Das ist alles, was ich. Ich habe das Modum, das ist einfach hier, Das ist einfach natürliche. Okay, dann tragen wir sie dir mal auf. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, und wie fühlt es sich an? Wird es langsam warm? Sehr schön. Ist toll, oder? Ja, das kannte ich vorher so auch noch nicht. Also es ist auch ganz neu bei uns. Richtig. Na klar. Okay, dann würde ich sagen, schließt du am besten deine Augen und dann sehen wir uns nachher. Ja, alles klar. Bye.